Hallo Moin Alex Ja Wollen wir was? Weiß nicht Milly Terry Warte ich noch mal Ruinen, gute alte Zeiten Oh man, gute alte Zeiten, ok Wo sind sie? Unter uns 3, 2, 1 Raus Ah da sind Ruinen Geh geh Gah Vor allem du fliegst jetzt irgendwie viel viel weiter mit Weilschirm, ne? Auszusehen Ja Allgemein find ich Alsze für zumindest da land doch man ja was der problem es geht ja voll auf dem eier sind wir eigentlich alle eingelandet nur verteilt logischerweise so ich habe eine uc schmerzmittel schmerz kann ich sie mittel wir wollen hier schlagen brechstange hier lebt doch wer ok es war sein team kam gerade da unten 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 da läuft er springt vor welcher mauer bei mir hier bei mir hier oder nicht mensch nein rechts von dir der leute jetzt durch die säulen oder müsste noch an der mauer hier sein alex sei vorsichtig linke seite bei dir ich gucke da läuft irgendwo einer rum ich komme mal runter mit zeug habt ihr einen scope gefunden nehm ich also das was du nicht brauchst wenn ich ja wenn ich die frage stelle alter mein einziges hier ist also du kannst es haben also ist ja nicht so schön wenn ich das abgebe jetzt meine ich das hätte ich dir nicht gesagt war hier irgendwo alter wetter da hinten ist er war einfach das vieres kommt nicht drauf warte ich muss drauf machen weißt kannst du sagen wo zocker von dir bei der kiste dann liegt auf dem mond ok mädens auch noch mal sein was los guck rein hier der hat von rumgeschrien oder du hast du hast du hast du hast das go pas gesagt ja also ich glaube der typ von mädt Oh, Mann! Der muss mal eine Kuppel haben, ne? Weil, der war eigentlich tot. Ja. Hat er das so gesagt? Ja, aber richtig rein geschrien, Alter. War ich aufgenommen? Yes! Äh... Hier war ich schon. Oh, ein Rucksack! Aha, hier war ich schon. Ja, komm, sei leise. Ja, Mann. Hier ist nur ein Rucksack, den wir nicht haben. Mensch, ich brauche einen Scheiß-Scope, Mann. Ich habe nicht einen Rotpunkt. Ich habe ein holographisches, willst du ab? Ja, notfalls nämlich halt auch das. Liegt auf dem Boden. Hier, 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 komm her! Ja, bin doch unterwegs. Okay, ja, okay, hier. So, wo müssen wir? Ja, auf jeden Fall. Genau. Deswegen. Du bist schuldig? Ja. Der Ort, an dem man anfängt, sich zu hassen. Die alten Schulzeiten. Habe ich das Scope lieber auf der SGS drauf? Ja. Wo ist die Schule? Weil, da viel weiter nach da. Ja. Moin. Sollen wir noch da vorne ins Haus reingucken gehen, oder? Ja, ich würde sagen, Wasserstatt piloten? Ja, vielleicht will man Scope. Also Wasserstatt da ist. Ja. könnt ihr kapitel auf sind ich sehe nichts sind auf die türen hier war schon wer hier war schon wer bei mir aber alles weiter das weiter schule ist ein scheiß auf ja aber wo willst die finden das ist ja schule gehen um auf dem dach auto auto unter uns alex Nice Achtung auf Dach Deckung, Deckung, Deckung Deckung, Leute, Deckung Zurück, zurückziehen Zurückziehen, wirklich, jetzt alle Warte, ich will den Kinn da rum Nein, alle Erster Heil, Mann Ich hab nichts zum Heilen Ohne Verband Besser als nichts Habt ihr den Typ mit dem Auto gekillt? Nee, der ist Ah, hinter mir, lol Alter Die haben die ganzen Häuser besetzt, Mann Das ist ein größeres Team Als drei oder vier Leute Ah, hab'n Was, wenn's der Killt Gut, Freddy Oh, der hat den Saltil-Tasche Schön gemacht Alter, die U-Zies Muss man die Stimmen wieder anstellen Da schießt noch irgendwer Ja, aber nicht auf uns Ah, hier vorne ist ein Ambush Gleich sehen Tot, tot Nice So, die Quartellen Ich will gucken, ob ich von oben was sehe Ja, die da hinten im Haus sind da immer noch, denkt man Da oben den? Ja Alex, rechts Alter, ich treffe hier nicht Ich seh nicht, wo er ist Er ist in der Baum hier In dem vorderen, links der Kiste Da, wo ich hingucken, direkt Da ist er Ja, ich falle Fuck, der ist weggerannt Der ist weggerannt Ja, die reagiert nicht Ja, ich Oh, leih, er trifft mich Hab'n Ich muss weg Ich geh rein ins Haus Hab' kein Muni mehr Wirklich Na, da oben ist er Ich seh'n Jetzt Oh Gott, Alex Hab' ihn Nice, Alex Hast du Er war Mein letzter Okay Oh, der Skar gehabt Nice Nice, Alex Zwei Teams Ja, zwei Teams Ich loot den einen Der Skar gehabt Hast du Erinnern dir noch eine gute Vor ne Mauer? Ja, oder? Ja, hab' ich Ich loote Schon Das war ja richtig Schön Oh, leih Da ist noch einer hinten bei den Häusern Irgendwo Ja, ich fall's nicht vor, leider Weiß ich auch nicht Rohpunkt muss ich Oh, sie kann's gar keinen Rohpunkt draufknallen Ne Oh, wir sind Wir sind noch relativ safe, okay Hier im Haus, wo ich jetzt drin Aber auch welche, ne Ach, das waren die? Ja Okay Das wird anders gewesen, denk' ich mal Irgendwo ist der noch, ja Ich komm' erstmal rein zu dir ins Haus Ich seh' ihn da ja nicht Oh, Skar pack' jetzt eine, wie sieh' hier drauf Ah, ja Äh, ich hab' noch zwei, ich hab' noch zwei, ich hab' nur so gefällt's ein Brust Hm, wer für's gar keine, so scheiße, glaub' ich Guck' mal hier oben Siehst du, das große Gebäude vor uns, direkt vor der Ase Das rostige Drecksding Was, wo? Hier vor uns Hier vor uns, das kleine Odds-Ding da oben Ja, ja, wieso? Da oben drauf, hier hinten Überblick verschaffen Ja, wir sind eigentlich relativ zentral Oh, klar, Versuche Hast du, äh, Skar-Amonie ein bisschen, ne, oder? Den ich brauchst, heißt es Ja, die benutze ich leider selber Ja, ist okay, ich hab' noch, äh, 56 Schuss Ah, ich hab' 72 Ich hab' sie nicht viel Ja, das war, also ich würd' mal gerne da hochgehen, hätte ich gesagt Oh, fuck Was'n? Oh, roter Sprung Ja Da oben dürfte eigentlich keiner so weiter sein Ah, bei mir aber auch, expleit Da oben Hi so ich guck gerade aber hier irgendwas ach du kommst grad hoch sagen es ist irgendwie so mäßig was sehen ich über zwei daran eindeutig aus der halle irgendwo zu 100 prozent wir müssen zu halle gehen alles geht es nicht als wir es bis weiter an das war die von außen weg bis hier anzugehen mehr 10.000 munitionsvorräglichkeit ich habe auch runter das war ja schon weil sie akm mäßig 1 schluss flugzeug wo ist das das sieg direkt über uns muss haben wir ganz schon da kommen die schüsse kommt von richtung norden hätte ich gesagt ist die richtung der heimler wie ich sagte der hinterher wusste später zu uns kommt so ein prozent weil kreis geht dazu das wunder am rand auf kämpfer package stand ganz weit richtung südwest ich glaube die schüsse kommt von mir hier ungefähr von den häusern von richtung norden ich meine die anderen schluss hier vorn ja ich sage es geht hier spricht da muss zu uns kommen ich glaube die schluss hat raufke vor der schule die schüsse ich bin mir sicher hier ist irgendwo auch noch was der muss zu uns kommen dann auf jeden fall schule in der aula weg ich gehe mal hier in die vorüber dahin gehen ich gehe mal in die uzi liga äh arm russ oder? ja vollständig im level 2 warte mal warum ist das kaputt? ja nimm da mache ich ungern Häuser hier hier rein das ist ne ganz gute idee boah wir waren auch keiner wie es aussieht ne? schüsse? ja glaub ich auch nicht hier waren aber 100% keiner viel zu viel liegen gelassen wangenpolster für scharfschutzgewehr ich habe leider kein scharfschutzgewehr ich gehe rüber in der anderen Häuserfront ne hier war zu 100% keiner auch nicht ich kann es gar nicht sehen die Pläne kommen also was wir sonst gefunden oder gut ich sehe es auch noch nicht nur die Muni die ich habe aber sowas mit anderen Sachen Rucksack Level 1 ein weiteres Mal nachziehen die Schlüssel kommt von SE auf dem Berg wird schon geballert auf dem Berg wird auch gekreis sein ja gut möglich obwohl naja kann der change relativ weit meistens das war relativ nah sogar hätte ich gesagt da wo er herkam habe ich gesagt der muss kommen ich kann gerade nicht gucken weil ich gerade am looten bin oh ne AKM nice Abschuss beide tot nice schön gut soll ich es gar mitnehmen oder die AKM schönes Ding Alex so noch ein Tod ich weiß Mikro Patrick sorry ich dachte gerade du machst ja irgendwie darauf offen zu sagen dass hier eine Mikro-UZ liegt wo ich mir denke hä die ist doch eigentlich aber der Typ lag auch erst das heißt der war nicht der da findet einer das ist dann wiederum uncool ok ich nehme die AKM mit anstatt die Skane weiter 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 ich bin ja gerade übelst am looten aber ich finde nichts besonders scheiß Benzin kann es äh kannst du im Kanisterbüro schicken wir müssen jetzt auch hoch ne los wir müssen hoch oh ok oh hier vorne droppt das Päckchen ah das kann man nicht looten wäre nicht so schlau das Päckchen ja das ist links von uns kann man sogar sehen ja also ehrlich gesagt wenn ich sogar sehr sehr gerne voll im Auge walten so wir brauchen wir brauchen jetzt keine scheiß Sniper oder dann geht das reicht hier im Waldkampf easy aus also meiner Meinung nach so wer darf denn da unten noch so rum ich renne ganz nach oben jetzt sind zwei Leute bei mir oben drei Leute kannst du dir eine Richtung angeben? äh se zwei weiß bitten sich gerade nach links und rechts die war mir im Zingern die Schweine viel gleicher geschossen ich sehe gerade keinen einzigen mehr ich sehe auch gerade keinen aber ich glaube wir eine Rauchgranate haben woanders sind aber sag nicht du versperrst mir jetzt die Sicht oh nein der ist nicht dein Ernst oh das war nicht schlau das war echt nicht schlau sie ist es alter sie ist sein nein Alex Ball hat sein Leben jetzt erst mal auf die Hälfte ja auf wieviel schossen ja ich liege am Felsen ich finde ich wünschen einer kommt zu mir der geht da rechts der steht in einem Baum ganz rechts wo ist es noch wo ist andere? äh du musst irgendwo in mir sein ich sehe da nicht schaffst du wieder zu leben? weißt du es kann glaube ich ja ich hätte es auch nicht gemacht das wäre so was krank ja da schießt du dich der rennt allerdings drei Leute, guck mal an links guck nein ich hab mal geworfen nein ich hab mal geworfen oh leu oh unlucky richtig unlucky du hast voll scheiße gemacht nein du hast zuerst geschossen und mir die Sicht versperrt das ist dein Fehler ich hab ein paar schöne Kills gemacht ganz schön